hey leute ich bin karen und ich wollte euch heute einen kleinen farm guide machen und zwar wir gehen auf warte ich habe gar keine werkzeuge dabei okay noch einmal also wir gehen jetzt los wir sind in torton sea wir gehen gerade nach rank river und unser ziel ist hollow heart wir wollen ganz viele tier 8 mats holen und die sicher zurückbringen und im prinzip ja ihr könnt sehen die zonen hier sind relativ safe wir können einfach auf der straße rumgammeln ohne dass euch was passiert nehmt auf jeden fall mittleres equipment dann seid ihr schneller dann könnt ihr euch auch unsichtbar machen und ganz wichtig eber und mindestens t7 tasche darunter geht gar nichts das lohnt sich einfach nicht darunter ja black zone ebenfalls einfach straße ganz entspannt können erstmal alles hier integrieren wir wollen ja schließlich die acht sachen und bis dahin soll unsere tasche leer bleiben also einfach ganz entspannt hinlaufen auch vielleicht ein paar minuten aber die belohnung ist gut wie sehen könnt es passiert einfach nichts ihr müsst keine angst haben hier ist niemand wir haben jetzt 13 23 utc passt und aber jetzt müsst ihr aufpassen einfach ja hier würde ich euch empfehlen auszulocken denn dann kriegt ihr beim einloggen wieder dieses schild das war mehr schnell so und nachdem ihr wieder eingeloggt habt einfach durch rennen ist egal ihr kriegt keinen türen können bissel bm hier mobs können eh nichts weiter der straße folgen alles safe und dann sind wir eigentlich schon in holo hart so schnell ging das t8 gebiet wir können entweder sein bleiben oder im local alle begrüßen und fragen was geht das ist meistens safe weil vielleicht nicht hier chillig und wollen mit euch reden guckt wie hier der hier der scheint ganz nett zu sein fragt ihn ob er wirklich ganz nett ist und ob ich die musik hören kann wenn ich war mir ja ansonsten würde ich schon die musik ein bisschen leiser drehen oder ganz aus je nachdem weil wir ja hören falls doch wirklich jemand kommt ein bisschen leiser ja ein bisschen ja und dann einfach loskloppen buffhut einwerfen loskloppen ist was ich einfach nicht diesem ob deine mit der polen 7 elite und macht euch einfach um den weg so ja das könnt ihr halt nur ob man die t8 exe habt wenn ich 8 exe braucht könnt ihr zu mir kommen ich kann die kraften alles kein ding ja schauen wir mal nach neuen bäumen wir wollen höhere bäume und heißt ja von ennvi ennvi ist blöd ennvi jagt ein durch die ganzen black zones zerk gibt irgendwann auf ennvi nicht und ab hier ist es sehr wichtig ja weg zu rennen ja denn ihr wollt ja sicherlich die party achtmals die wir ja hier in eine sackgasse rein das ist sehr klug hier dann wieder umdrehen antäuschen zurückgehen den der mensch einfach tanken das schafft ihr schon und dann seid ihr tot